Guten Abend, Deutschland! Herzlich Willkommen bei TV Frontal! Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Heute seriös. Und ich begrüße euch aus der Bar. Die Bar, die ich mehr weiß, wohin mit dem ganzen Geld. So sieht es aus. Und ich komme mit den Bar News. Einige Themen werden die meisten von euch nicht überraschen. Wie zum Beispiel das erste. Sex mit Maske. Also wahrscheinlich ist die Altersbeschränkung jetzt direkt aktiviert. Um Gottes Willen, was hat er für ein Wort gesagt? Er hat das Wort Sex genannt. Englisch für Geschlecht. Im Deutschen hauptsächlich bezeichnet für Beischlaf und Geschlechtsverkehr. Laut einer Studie, der von zum Beispiel unter anderem Bill, nicht Studie, Forschern, Wissenschaftlern oder irgendwie sowas, also der Wissenschaftsabteilung von diesem komischen Pamphlet Spiegel hat veröffentlicht, dass die Deutschen mittlerweile lieber Sex haben mit Menschen, die bemerkt sind. Ja, Blowjob fällt dann weg. Anscheinend mögen das derartige Experten nicht. Ihr wisst, was ich meine? Französisch. Ja, also so oder so funktioniert das ja irgendwie nicht mehr mit Maske. Aber die Leute sind einfach geiler auf Maske mittlerweile. Es hat sich jetzt durchgesetzt. Das ist der neue Trend. Das ist mega, mega gut. Ich dachte ja, dass sich die weiße Brille durchsetzt, aber leider ist sie ausverkauft. Ja, vielleicht wird sie irgendwann wiederkommen. Ich weiß nicht, das Jahr ist ja noch lang. Wir werden ja noch viel erleben. Ja, und manche haben auch schon gesagt, ja, du musst eigentlich die weiße zusammen mit der roten Brille. Und dann kann man das tagesaktuell wechseln. Dann weiß man sofort, woran man ist. Ja, können auch bei Pärchen gut funktionieren. Ja, dann weiß der Mann sofort, wenn die Frau die rote Brille auf hat, heißt das ja jetzt lieber nicht. Die weiße Brille heißt Feuer frei. Ja, also nur mal ganz kurz zu dem Thema und der brillanten Recherche von den Spiegel-Wissenschafts-Redakteur-Praktikanten, die dort eingesetzt werden. Also wirklich toll, großartig, wenig Rechtschreibfehler. Hat mich sehr gefreut, diesen Artikel zu lesen und einfach so ein bisschen Clickbait auch mal auf die Seite zu bringen, dass man mal über sexuelle Themen spricht. Ja, das darf man ja jetzt nicht nur Viewporn und Konsorten überlassen, sondern man sollte ja auch da ruhig mal einsteigen. Wir wissen ja, dass halt viele Menschen im Internet derartige Sachen suchen. Aber es macht auch Sinn in Bezug auf alle anderen Nachrichten. Das ist sozusagen der Startschutz. Denn Karl Lauterbach möchte Kindern mehr Angst machen. Viele sagen sich jetzt, wie ich auch mich gleich gefragt habe, macht der Mann nicht den Leuten schon Angst genug? Ich meine, wenn er nur den Mund aufmacht. Und er muss noch nicht mal was sagen. Und sein Antlitz. Ich weiß nicht, ob er immer noch den Zugang zu seinen eigenen Kindern hat. Leider hat sich seine Ex-Frau noch nicht öffentlich gemeldet zu seinem neuen, heiligen Ministerium, was er jetzt leitet. Aber er möchte gerne mehr Angst machen. Das hat immer schon gut funktioniert. Im letzten Jahr, ihr erinnert euch, es waren ja so ein bisschen die Spielplätze gesperrt, Viren schleudern war so ein Thema. Meine Nachbarn hatten auf einmal Angst vor meinen Kindern. Meine Nachbarn hatten Angst vor ihren eigenen Enkeln. Und ich hoffe, sie haben das überhaupt überlebt. Ich weiß es nicht, weil ich bin ja dann da weggezogen aus Mannheim und bin in den Odenwald gezogen. Da hatten die Leute nicht so viel Angst vor den Kindern. Aber es gab jetzt eine Werbebroschüre vom heiligen Bundesministerium für Gesundheit, natürlich veröffentlicht von der BILD. Denn nur die BILD hat einfach den direkten Zugang per WhatsApp, wenn die über alle Neuerungen informiert. Aber die haben das selbstkritisch gesehen. Es ist ein bisschen nach hinten losgegangen, was die da gemacht haben. Also diese Werbebroschüre weist darauf hin, dass man den Kindern ein schlechtes Gewissen machen muss. Denn das ist der Joker. Die Kinder. Weil Kinder bedeutet, die haben auch Eltern. Und den Eltern können, wenn die nicht besonnen genug sind, die Kinder vielleicht nachhelfen, damit die so richtig besonnen werden. Das erinnert mich an so einen Verein, wo mein Großvater sehr gerne ordentlich partizipiert hätte. Aber seine Mutter hat ihm das nicht erlaubt. Er durfte keine Waffen an die Front schleppen. Er war damals sehr enttäuscht. Aber wir müssen uns verdeutlichen, und da zitiere ich nun den heiligen Gesundheitsminister, die Kinder sind natürlich schuld. Wir müssen das denen auch beibringen. Also es reicht nicht, dass ihr bei WhatsApp den PIX-Status, euren neuen PIX-Pass postet und zeigt, wie gut ihr auf Linie seid. Sondern bitte, erklärt euren Kindern, wie schuldig sie sind. Die sind noch schuldiger als Frauen damals mit dem Apfel und der Schlange. Und die Deutschen im Allgemeinen schuld sind am Unheil der Welt. Da komme ich vielleicht später nochmal zu, wenn ich meinen Samstagabendschnack mache, können wir das nochmal ein bisschen genauer aufbröseln, was ich damit meine. Aber wir wissen, der PIX hilft. Das ist zumindest schon mal eine Chance. Und wir wissen, sozusagen, also Karl Lauterbach weiß, die Familien leiden. Denn die leiden, weil Händewaschen, wenn man das Händewaschen vergisst, zum Beispiel nach dem Spielen, dann kann das zum Sterben deiner Eltern führen. Ja, das führt uns dann fast schon in die Psychiatrie oder vielleicht zu dem 400% Anstieg bei IntensivpatientInnen, Kindern, die nach einem Suizidversuch auf Intensivstationen liegen. Das ist natürlich schlecht für die Hospitalisierung. Wir brauchen die Hospitalisierung, deswegen wird ja sogar das Böllern verboten. Also Händewaschen ist das A und O, weil sonst sterben deine Eltern oder deine Liebsten oder wen du auch sonst noch da hast. Das müssen wir den Kindern einfach mal richtig verdeutlichen. Es ist sehr, 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 sehr gefährlich. Außerdem schützt natürlich der Piks. Er schützt. Er schützt zwar nicht direkt, nicht jahrelang. Er schützt auch nicht vor einem schweren Verlauf, nicht vor einem tödlichen Verlauf, sondern er schützt vor Schulausfall. Das müsst ihr euch nur verdeutlichen, wie das so ist. Also das ist Erpressung, würde ich sagen, als Barmann, als Laie. Wenn man sagt, das schützt vor den eigeninitiierten Prozederen. Aber bitte erklärt das euren Kindern, denn die STIKO hat es ja jetzt auch empfohlen. Es ist wundervoll. Es ist einfach nur geil. Und wenn nicht dabei ist, ja, dem entgeht da was. Also bitte gebt euch Mühe. Und wenn bei euch eventuell in irgendeiner Form jemand Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Appetitlosigkeit, Dünnschiss, Schweißfüße oder eine schwitzende Stirn hat, dann tragt doch einfach Maske im eigenen Heim. Ich möchte euch bitten, das zu bedenken. Auch wenn aktuell die Intensivpatienten mit Corinna rückläufig sind, heißt das nicht, dass ihr verwehren solltet, zu Hause auf die heilige Maske zurückzugreifen. Auch in der Badewanne. Und ich möchte hier einen wirklich weisen, heiligen, mit Respekt zu beachtenden Oberbürgermeister Deutschlands nochmal besonders beachten. Viele kennen ihn sicherlich nicht. Er heißt Benit Onay. Benit Onay ist der Oberbürgermeister von Hannover und er sagte im NDR-Interview, die Todesursache Nummer eins in Deutschland wäre Corinna. Das wurde nachher klargestellt von der Redaktion. Er meinte damit die Todesursache Nummer eins in Europa. In der EU. Kann man ja leicht verwechseln. Also die deutsche Fahne ist ja kaum noch zu erkennen hier hinter der europäischen Fahne. Aber es geht ja hier nicht nur um Fahnen. Er hat sich gestützt auf eine WHO Studie. es gibt ja so ein paar Leute, die eventuell mal schauen, was könnte das sein, worauf sich der Heilige vermutlich im Recht befindende Benid Unabhängige bezieht. Es gibt also eine geheime, bisher überhaupt nicht veröffentlichte, niemand kennt sie und auch widersprechend den Überstelllichkeitszahlen des Statistischen Bundesamtes, dennoch anscheinend existierende Studie der WHO und unantastbar absoluter Premium Standard State of the Art, der besagt, das wäre die Todesursache Nummer eins. Ich denke, das ist nur eine Definitionssache und deshalb sollten wir das wirklich, wirklich ernst nehmen. Warum bin ich mir da so sicher? Weil Benid Oney, der Oberbürgermeister von Hannover, der auch gesagt hat, man darf Kritik an der Corinna Politik äußern, aber man müsste sich auf Fakten beziehen. Also die Spaziergänger dürfen gerne Kritik äußern, aber sie müssen sich auf Fakten beziehen, während Benid Oney eine Fantasiestudie der WHO zitiert, die die Todesursachen Nummer eins in Deutschland oder Europa oder wo auch immer ausmacht und das ist das Universum, in dem wir uns da befinden. Welches Universum das ist, darauf werde ich gleich genau eingehen, wenn ich über das neue Cash Programm der Parteien spreche, aber vorher wir kommen direkt dazu. Das tut mir leid, ich kriege das hier immer von meinen Redakteuren zugeschickt und dann ich bereite mich ja auch nicht vor, ich weiß auch nicht genau was los ist, das ist immer alles übers Ohr von der Regie und manchmal kommen die da ein bisschen durcheinander. Es gibt nämlich eine tolle Möglichkeit und das ist sozusagen die Umgehung von Fakten mit erdachten Experten, das kann man ja immer sagen, das ist ja nicht rechtlich geschützt, wie zum Beispiel also diese Spenden das ist ja viel zu scheiße also so wie das die Bill Gates und Melinda Gates Foundation macht mit diesen öffentlichen Spenden das wäre ja diskreditierend das könnte man ja nachvollziehen da könnte man ja sagen okay haben die vielleicht ein Interesse daran weil das Bayon Cash Aktionäre sind oder hier und da aber es gibt ein Schlupfloch damit man den Parteien nicht direkt spenden muss und das hat Sarah Wagenknecht in ihrem aktuellen Video erwähnt denn der Fitzer stand zum Beispiel es gibt jetzt Stände das ist sozusagen Messestand auf einem Parteitag von diesen großen Parteien heilige Parteien unfehlbare Parteien mit Top Politikern zu denen kommen wir auch noch was für Top Politiker das sind und da könnt ihr jetzt alle ihr könnt euch jetzt da Messestände buchen ich weiß nicht ob ihr überhaupt vor Ort sein müsst aber dadurch ist das nicht als Spende zu deklarieren aber eventuell könntet ihr euch einen kleinen Einfluss davon erhoffen und da war beim SPD Parteitag letztens haben Stände gekauft zum Beispiel Fizza am Start Doc Morris die Online Apotheke und Microsoft das ist ein Software Hersteller aus den USA und eventuell könnte man wenn wir später über Ralf Stegner zum Beispiel sprechen von der SPD davon ausgehen dass eine gewisse Einflussnahme stattfinden könnte hypothetischerweise und diese nicht deklariert werden müsste Außerdem ist das auch noch möglich nicht nur bei Parteien obwohl die ja auch immer geschlossen abstimmen normalerweise bis auf die Leute die sich enthalten und ein paar Leute die danach irgendwelche Skandale zu erwarten haben es ist jetzt auch möglich direkt zu investieren in Bundesbehörden zum Beispiel das Bundesministerium für Gesundheit und das finde ich jetzt mal sehr sehr fortschrittlich dass man einfach auch ganz direkt das ist ja auch das was ich die ganze Zeit sage schickt den Leuten Geld GEZ Bundesministerium für Gesundheit wahrscheinlich ist das eingerichtet worden auf Grundlage eines meiner Videos und Aufrufe die ich gemacht habe das alles geht natürlich noch zusätzlich zu der ungefähr eine Milliarde die in der letzten Legislaturperiode also vier Jahren eine Milliarde ach komm viele wissen ja gar nicht wie viel Geld das eigentlich ist an Berater vergeben wurde das heißt an hier McKinsey Pricewaterhouse Cooper und und so weiter unsere Freunde die wissen nämlich besser Bescheid die Politiker die bekommen ja einfach so diese 10 15.000 Euro oder 20 oder was auch immer die kriegen und müssen sich ja dann nochmal für eine Milliarde Experten einladen ist ja tippitoppi also zum Glück haben wir diese Politiker weil dadurch wird das ja alles viel viel besser es ist eine sehr sinnvolle Einrichtung und außerdem haben diese Menschen Arbeit gefunden und sozial ist was Arbeit schafft wie ihr weißt und deswegen ist es auch gut dass jetzt die Generalstaatsanwaltschaft zum Beispiel in Hamburg nicht vorgeht gegen Scholz den amtierenden Bundeskanzler da muss man jetzt einfach mal drüber hinwegsehen außerdem sind Staatsanwälte ja sowieso weisungsgebunden das ist noch besser als in Italien wo man die halt dann immer es umbringen muss so kann man die einfach so zurückpfeifen und dann hat das wieder Ruhe auch wenn das wiederum die Ermittlungen in Köln ein wenig diskreditiert aber der heilige Zwerg von Bilderberg ist ein guter Mensch das kann nicht sein dass er tatsächlich in irgendeiner Weise davon wusste dabei war oder irgendetwas damit zu tun hat er ist einfach nur ein netter Typ der vom Telekom da abliest und dafür lieben wir ihn dafür lieben wir ihn und deswegen ist er natürlich hier federführend bei einem der stärksten jemals stärksten Nationen der Welt skandalöse Meldungen aus Mexico Mexico will jetzt die Einreisebeschränkungen aufheben also die haben die schon aufgehoben seit 1. Januar also du kannst dahin ohne dass du einen Test machen musst und das ist natürlich schon ein bisschen komisch darauf werde ich nachher noch mal eingeben im Samstagabendschnack was das eigentlich für Potenzial bedeuten würde für andere Länder tatsächliche Fachkräfte oder Geld ins Land zu bekommen aber eine Strategie die anscheinend kein Land fährt und man nimmt dann lieber Menschen die nur angeblich Fachkräfte sind und angeblich Ausweise aus einem angeblichen Land haben finde ich interessant aber eventuell könnte es sein dass das 6 Monats wie sowas man normalerweise in Mexiko sofort bekommt wenn man ins Land kommt als Ausländer dass das reduziert wird auf eine andere Zeit und zwar deutlich kürzer aber und da habe ich auch schon einiges persönlich zu gehört von Menschen die in Mexiko sind nur mal so für Leute die sich überlegen mal wieder ein bisschen zu reisen und so weiter und auch keine Lust haben einen PCR Test dafür zu machen könnte das ja interessant sein aber eventuell der längere Verbleib nicht so einfach ja und dann kennt ihr die Situation wir haben die heiligen Talkshows wo die heiligen Repräsentanten des heiligen Regierungskurses eingeladen werden unter einer Käseglocke gibt es dann Menschen die sich treffen zum Beispiel bei Markus Lanz und dann darüber sprechen was andere machen aus einer Kuppel heraus Menschen die gut betucht mit mindestens fünfstelligem Einkommen gebuttert aus Steuereinnahmen dann den anderen im Fernsehen erzählen was für bekackte Faschisten sie sind ich hoffe ihr könnt mir noch folgen und jetzt kommen wir zu Ralf Stegner SPD die Arbeiter Partei ja Ralf Stegner absoluter Top Typ hat richtig Ahnung und weiß wirklich Bescheid ich würde ihm jederzeit nein fangen wir gleich damit an aber diese Käseglocke Diskussion die sehen wir öfter mal und das ist ganz ganz toll es war leider kein Spaziergänger da von diesen wie sagt er noch mal also nicht nur Reichsbürger Rechtsradikale und Verschwörungstheoretikern sondern er spricht sogar von Menschen mit einer Ideologie die man normalerweise im bürgerlichen Spektrum nicht findet außerhalb einer Psychiatrie Ralf Stegner ja ich glaube der hat ein wenig Crack geraucht bevor er in die Sendung ging und vielleicht hat er einfach nicht so gute Texteschreiber oder sich nicht überlegt was er tut und ja Ralf Stegner sagt also dass das Psychopathen wären alle Spaziergänger wären Psychopathen Reichsbürger Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker und so weiter und sie würden natürlich auch wenn sie keine Rechtsradikalen sind den Rechtsradikalen in die Hände spülen also bei den Spaziergängen treffen wir hauptsächlich Psychopathen mehr Psychopathen treffen wir nur im Bundestag oder bei Markus Lanz in der Sendung würde ich mal ganz grob schätzen kommen wir zu zum Sport kommen wir schon zum Sport ah ja willkommen zum Sport Kimmich ihr kennt ihn Kimmich der Ketzer Kimmich der Ketzer wir kennen ihn nicht anders er hat eine andere Meinung die Sky nicht gefallen hat und anderen Sendern und Medien auch er also schmeißt eure Trikots weg verbrennt sie filmt das und packt es in euren Worts App-Status denn nur dann seid ihr befreit von dieser Last und deswegen haben auch am dritten Januar die Bundesliga Profis gesagt Kimmich wäre der Absteiger der Hinrunde ja man könnte auch Ketzer sagen man könnte auch sagen Staatsfeind man könnte auch sagen Ungläubiger und jetzt zehn Tage später am 13. Januar wurde Kimmich zum Nationalspieler des Jahres gewählt ja vielleicht weil viele andere plötzlich und unerwartet nicht mehr zur Verfügung standen oder eventuell hat er dann doch besser Fußball gespielt oder irgendwie sowas ja und äh abschließend und weil euch das immer so interessiert komme ich zum Umweltthema und da hat ein 19-Jähriger der anscheinend ungefähr 70.000 Prozent intelligenter als unser Gesundheitsminister ist aus Versehen äh ja 25 Teslas gehackt und zwar in zehn verschiedenen Ländern auf der Welt und konnte dort die Türen öffnen die Fenster hoch und runter machen und die Wagen starten und das aus der Ferne ja herzlichen Glückwunsch zum Tesla hat nur 100.000 Euro gekostet super Karre anscheinend ein tippitoppi Modell und guckt euch dann nochmal die Sendung an die ich euch nachher nochmal verlinke zur Überwachung der Autos und da geht es eigentlich um normale Autos die noch erlaubt sind man weiß nicht was beim Tesla noch so alles geht ja mega gut wenn dann dieser Junge von Ferne schon das Auto aufmachen kann ihr kennt das alle ihr habt einen Schlüssel verbummelt ihr wisst nicht wo das Auto steht ihr ruft den Jungen an und der macht die Karre auf aber er konnte kein Gas geben und nicht bremsen da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten schauen wir mal und wenn ihr noch mehr schauen wollt könnt ihr natürlich gleich nochmal in den Davey Brüch Vlog Kanal gucken und dann mache ich meinen Samstagabendschnack wo ich nochmal ein bisschen offener über das ein oder andere Thema spreche vielleicht altersbeschränkt vielleicht müsst ihr eure ID bereithalten wenn ihr das Video später guckt im Livestream wird es wahrscheinlich noch möglich sein und ich werde auch über einige Themen sprechen die mich die Leute die ganze Zeit aufdrücken ein bisschen hier ein bisschen Tansania ein bisschen da ein bisschen Geld ein bisschen Online-Marketing und wenn euch das interessiert und ihr immer noch nicht besoffen seid dann kommt einfach dazu und wenn ihr nicht dabei seid dann bumst euer Vibe und macht ein paar Kinder denn die sind unsere Zukunft wir sehen uns morgen in der Bar wenn ich noch was da habe liebe Grüße